Moin Moin und Hallo! Wenn ihr mal so ein etwas dickeres Beinchen haben solltet, dann müsst ihr nicht direkt in Panik verfallen, denn meistens in deutschen Gefühlen hier ist es der Stich der Kräbelmücke. Der Stich der Kräbelmücke wird aber oft fehldiagnostiziert. Wenn ihr es haben solltet, heißt es kurz nach dem Stich, wenn ihr es merkt, oder dem Biss, erstmal heiß mit dem Löffel drauf. Das kann man machen, muss man aber natürlich nicht. Dann heißt es schön hochheben und dann im späteren Zeitpunkt kühlen hilft auch. Die Kräbelmücke selber ist aus seiner Familie der Zweiflügler, Deptera und gehört zu den Mücken selber. Weltweit leben über 2400 Arten dieser Tiergruppen und mehr als fünf sind aus Deutschland bekannt. Es handelt sich dabei um die meist kleine Mücke mit Körperlänge zwischen zwei und sechs Millimetern. Und diese kleinen Säue, die haben es mir ganz schön besorgt, sage ich euch. Also damit habt ihr eine Woche zu tun. Wenn ihr den Stich oder den Biss bekommt, denn es ist ein Bloodsucker, das heißt die Kräbelmücke fliegt uns an. Wir atmen Kohlen-Dirk Seed aus und sie sieht uns aus. Sie hat auch recht gute Augen. Und wenn sie dann das Opfer ausgemacht hat, wie bei mir, dann fliegt sie, weil sie so klein ist, natürlich nicht in hohen Höhen von 1,50 Meter etc., sondern eher so in den 20 Zentimeter Bereichen um uns herum. Und wenn sie es schafft, auf eure Haut sich niederzulassen, wird sie dann erstmal ein Probebild durchführen. Das heißt also, sie beißt ein Stück eurer Haut ab. Das sieht man auch da rechts am Bein. Richtig großer Biss war das. Und wenn dieser Biss dann vielversprechend ist, dann setzt sie ihren Angriff fort und wird dann zur, nicht zur Nahrungsaufnahme, sondern wieder für die Brut ein Reservoir an Blut aus uns extrahieren. Während dieses Bisses aber ist natürlich auch viel Sabber seitens der Kriebelmücke im Einsatz. Und das kann eine Immunreaktion bei eurem Körper heraus resultieren lassen, wie das hier auch der Fall ist. Die Kriebelmücke tritt vor allem im Hochsommer auf und gehört damit durchaus zum deutschen Sommer selber. Und das ist also so eine Sache, warum dieser Stich körperliche Reaktion aufrufen kann. Das ist der Speichel, der beim Stichniveau initiiert wird, um dort natürlich eine Blutgerinnung zu verhindern. Die Flüssigkeit dann ruft bei den betroffenen Personen eine vergleichsweise starke Immunreaktion selber hervor. Typische Symptome sind dabei starkes Anschwellen, wie hier gezeigt, und Verfärbungen um den Einstichstelle herum, gekoppelt mit starken Schmerzen. Vor allen Dingen abends, wenn ihr den Tag euer Bein, eure Fußes schon benutzt haben solltet. Das kann ich nämlich so sagen. Langfristige Folgen sind aber nicht zu befürchten oder nur ganz, ganz selten. Und nach circa sieben bis zehn Tagen war auch bei mir der Spuk wieder vorbei. Ich war aber, wenn ich das noch hineinwerfen kann, zum deutschen Gesundheitssystem, nämlich war bei drei Ärzten gewesen. Alle drei Ärzte haben mich abgewiesen, weil sie keine, ja, keine, keine, keine Zeit hatten, etc. Armes Deutschland. Deshalb habe ich mich selbst informiert und hier seht ihr jetzt das typische Krankheitsbild von einem Biss, einer Kribelmücke. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zunzun!